Ja, nun ein paar Barfußschuhe, die auch gehen müssen. Ja, ich sag ja, ihr müsst mal ein bisschen stöbern, also da ist einiges bei, was gut ist. Hier ist, ja, da ist halt kaputt, aber theoretisch, die sind da noch ganz, aber theoretisch könnte ich sie auch kleben, aber ich brauche Neues, brauche raus und weg und so.